Liebe Köthnerinnen und Köthner und Freunde dieser großartigen Stadt, heute ist er wieder hier. Der Podcast über Köthen und wir werden euch erstmal erklären, warum wir eigentlich alle Mannsfelder sind. Servus, grüßi und hallo von mir. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich bin nicht alleine in unserem wunderschönen Podcaststübchen. Bei mir ist genesen, geimpft und gesund Martin Olenicki. Hallöchen. Und zurück aus Australien, der Julian. Hallo, ich grüße euch. Hast du uns vermisst, Julian? Nein. Ja, natürlich habe ich euch doll vermisst. Ich habe uns euch alle vermisst. Ich habe das Podcaststübchen vermisst, ich habe die Stadt vermisst, ich habe den ganzen Tag nur geweiht in Australien vor. Bei über 20 Grad. Nee, es waren über 30. Ach, verdammt. Und wir sitzen hier und frieren. Nun zu etwas ganz anderem. Jetzt ging es ja doch alles ganz schneller als gedacht. Wir werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate wählen. Die Bundestagswahl steht dann wohl doch schon im Februar vor der Tür und klopft da gehörig an. Und ich habe es gerade schon gesagt. Wir sind Mannsfelder. Wir haben es, glaube ich, irgendwann schon mal thematisiert. Aber wir haben einen neuen Wahlkreis. Also Tschüss, Wahlkreis Anhalt. Der ist so gut wie aufgelöst. Ob der Bevölkerungsanzahl in Sachsen Anhalt. Und wir haben einen neuen Wahlkreis. Das ist der Wahlkreis Nummer 74. Und weißt du noch, welche Nummer wir früher hatten? 71. 71. Den gibt es auch noch, aber sind halt nicht mehr wir. Und der Bundestagswahlkreis 73 wird es sein. 73 wird es bis zur Wahl. 21 war es die 74. Und er umfasst den Landkreis Mannsfeld-Südharz, vom Saale-Kreis Bad Lauchstedt, Mücheln, Querfurt, Salzertal, Deutschental und Bettin-Lübigün und die Verbandsgemeinde Weidah-Land. Und im Prinzip den ganzen ehemaligen Kreis Köthen. Also Aken, Köthen, Oster-Nienburger-Land und südliches Anhalt. Ein völlig willkürliches Konstrukt. Aber das heißt auch, dass unser Landkreis sozusagen nicht mal ein Wahlkreis ist. Das war es noch nie, oder? Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher bei der Bundestagswahl. Aber du hast recht, er ist also definitiv jetzt nicht gemeinsam ein Wahlkreis. Ich weiß gar nicht, du kennst dich doch bei Wahlen aus. Was hat denn der Landkreis eigentlich für Aufgaben bei der Wahlorganisation? Hat der überhaupt Aufgaben? Ich meine, es hätte ja durchaus, ich will jetzt nicht unken, aber es hätte ja Sinn gemacht, zu sagen, okay, wir gucken uns erstmal die Landkreise an und schmeißen diese Landkreise zusammen, dass es dann passt. Und daraus machen wir Wahlkreise. Also vielleicht zwei Landkreise zusammen, einen Wahlkreis. Na gut, das ist also, du wirst irgendwo natürlich mal einen Wahlleiter haben. Die kommen ja gerne mal aus einer Kreisverwaltung. Aber dieser Kelch wird jetzt hier zumindest für unseren Wahlkreis vermutlich an uns vorüber gehen. Aber bestimmt für die 71, die ja dann doch eher so Bitterfeld und Co. geprägt ist, dann doch wieder bei uns sein. Jetzt einfach mal vermutlich. Also das kann ich aktuell noch gar nicht abschätzen. Was ich aber abschätzen kann, ist, dass ja hier auch alles neu durchgewischt wird, neu durchgewürfelt wird und das mit den Kandidaten ja auch komplett neu wird. Das letzte Mal hatten wir jemanden, den Herrn Ziegler von der AfD-Bundestag. Den habe ich ehrlich gesagt noch weniger gesehen, als den, der vorher für uns im Bundestag saß, von der CDU. Kiste Fries, doch, den habe ich ab und zu gesehen. Aber da habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt. Also zumindest nichts für Köthen in diesem Fall. Dafür haben wir ihn ja dann aber bei der Kreistagswahl in Köthen auch gewählt als Bitterfelder und in den Kreistagern sendet. Das war ja das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ein bisschen ungünstig unseres Erachtens ist, hier jemanden zu haben, der also nicht aus der Region stammt. Und ja, bei den Mannsfeldern war es auch jemand von der AfD, der Herr Farle, Robert Farle. Und den Namen hat man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört, denn ja, der fiel durch Tiefschläge im Bundestag auf. Er ist am 3. November aus der AfD ausgetreten, am 3. November 23. Dann wird er bestimmt nicht nochmal antreten. Nö, also die AfD wird sicherlich einen anderen Kandidaten stellen und ich glaube aber trotzdem, also das wird ein Zweikampf AfD-CDU mit großem Vorteil aktuell für die AfD, glaube ich. CDU wird Frank Witzkowski wieder aufstellen, den kennen wir noch vom letzten Mal, haben wir unsere wahnsinnig tollen Erfahrungen mit ihm gemacht. Herzliche Grüße an dieser Stelle und mit anderen Kandidaten ja auch, aber er möchte es halt nochmal wissen. Ist ja auch richtig. Wobei ich bin mir auch bei dem Bevorteil nicht so ganz sicher, aber ich meine, die Wähler sind natürlich auch manchmal beratungsresistent, aber so die Verfallserscheinungen, die die AfD in diesem Kreis hier an den Tag legt, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendeine Fraktion so ist, wie sie mal ursprünglich gewählt wurde. Oder ob da überhaupt noch, das fällt irgendwie alles auseinander, die Leute treten aus, treten wild ein und ja, gut, weiß ich nicht, muss jeder selber wissen. Muss jeder am Ende selber wissen, was ich halt immer ein bisschen komisch finde, das trifft jetzt auch nochmal beim Herrn Witzkowski zu, das ist auch gar keine politische Einordnung jetzt an dieser Stelle, aber es ist ja nun ein Riesenwahlkreis. Und du hast immer einen Vorteil als Kandidat, wenn du aus diesem Wahlkreis kommst, weil dein Dorf hast du mehr oder weniger schon mal sicher mit dem. Ich kenne die Leute nicht da, also es ist ja auch durchaus ein Vorteil, kann zu sein. Und diese Stimmen werden ihm auf jeden Fall fehlen, weil er kommt nicht aus dem Wahlkreis. Du bist aus Bernburg, oder? Genau. Aber Bernburg gehört nicht dazu. Nee, er kommt aus der Salzlandecke und da hat man dann halt die Geschichte. Aber Moment, der gehört nicht dazu? Also Bernburg gehört nicht mit zu unserem Wahlkreis? Bernburg ist extra. Das war bei der letzten Bundestagswahl, war das glaube ich Bitterfeld, Bernburg und Köthen. Kann sein, ja. Und jetzt ist es halt noch mehr so. Gut. Ich habe mich nämlich auch gewundert, weil Frank, du schaffst dir bei Facebook geschrieben, ich kandidiere für den Mansfelder Land, also für das Mansfelder Land. Und ich so, kommt da eigentlich aus Bernburg? Nee, das ist ja egal, man kann ja kandidieren, wo man möchte, also mehr oder weniger, wo man dann nominiert wird. Aber sinnvoll ist das ja in seinen eigenen Wahl, also wo man halt auch lebt. Manche nutzen das ja durchaus auch als Taktik. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich da an Thüringen und Sachsen denke, da hat der ein oder andere Direktkandidat auch einen vermeintlich einfachen Wahlkreis ausgesucht und es dann trotzdem nicht geschafft. Also das gibt doch immer wieder Überraschungen. Aber ich bin gespannt. Also es wird jetzt so ein Wahlkampf im Turbo-Modus. Ja, vor allem so in der Adventszeit rein, oh, das ist ätzend. Kann man schön auf dem Weihnachtsmarkt stehen und Glühwein ausgeben, Glühwein ausschenken. Ja, aber das ist ja, also es ist ja auch so eine Zeit, wo man sagt, ich kann auch mal schön, wenn die mal nicht überlagert wird von was anderem. Aber ich glaube auch, dass jetzt gerade in der Vorweinheit Zeit viele Leute auch gar keine Lust haben auf irgendwie politische Botschaften, sondern das wird erst dann im Januar dann richtig losgehen. Ja, fünf Wochen vorher. Wobei der Januar ist ja auch, wenn man guckt, auch ziemlich zerrissen. Also wir haben da nochmal zwei Wochen Winterferien. Das ist wirklich alles ziemlich sportlich. Ich meine, die Bundeswahlleiterin, die sich auch so böse auseinandergenommen haben, also die Wahl lag ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt mit ihrer Prognose. Muss das denn? Kann man nicht gucken. Also das wird ganz schön knapp. Naja gut, aber es gibt ja nun mal die entsprechenden Fristen. Jetzt hat man ja Olaf Scholz mehr oder weniger dazu gedrängt, die Vertrauensfrage eher zu stellen. Er wollte es im Januar machen und dann, wer A sagt, muss dann auch B sagen. Also das jetzt aufs Papier zu schieben, war tatsächlich ein bisschen B. Ja, ich meine, es war ja nicht nur das Papier. Es war ja auch die Sache, dass du was vorbereiten musst, dass du Kandidaten, die Parteien müssen Kandidaten aufstellen. Und wir haben ja wirklich jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, eine relativ lange Zeit dann vor Heiligabend. Dann ist es ein neues Jahr, da sieht sich keiner, da sind alle unterwegs, da trifft sich niemand. Und dann sind halt in mehreren Bundesländern diese Winterferien im Januar auch nochmal. Das heißt, diese Zeitfenster, wo du sowas machen kannst. Du musst ja auch, keine Ahnung, vier Wochen vor der Wahl, bis wann muss der Kandidat feststehen. Also das ist ja alles, das ist durchgetaktet, aber das ist manchmal echt dann auch für die Parteien vor Ort ein echtes Ding. So diese Ortsvereine, die müssen ja dann ihre Delegierten wählen, die Delegierten müssen zu den Delegiertenkonferenzen und, und, und. Das sind ja wirklich. Das muss jetzt losgehen, ja? Ja, naja. Ich meine, es gab ja auch die kleineren Parteien, die gesagt haben, Mensch, hier mit unseren Unterstützungsunterschriften, das wird jetzt doch ein bisschen knapp. Weil, du hast das gerade schon gesagt, zwischen Weihnachten und 6. Januar, die Drehe, die zwei Wochen, passiert eh nicht. Ich sag mal, die Unterschriften, die sagst du am Familienestisch, schnell zu sagen. Nein, aber ich glaube, 27.000 brauchst du, ich weiß jetzt nicht, was du für Familien kennst, aber. Okay, zugegeben. Was, 27.000 Unterschriften brauchst du? Das sind ein paar, wenn du deutschlandweit antreten willst. Gott, da musst du ja eigentlich, da musst du in so ein Fußball gehen und durchs Stadion und durch die Blöcke durch. Durchreichen lassen. Ja, aber durchgeben und beschreiben bitte. Ja gut, also es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Was sagt ihr? Jetzt generell, Bundestag neu wählen, ist das jetzt eher Makulatur, dass man es ein halbes Jahr vorher macht? Ist es richtig? Ist es zu spät? Meines Erachtens ist es zu spät. Und meines Erachtens ist es auch zu spät. Aber, ja, ich sag, das halbe Jahr hätte man auch noch raushalten können. Ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt für Taktik dahinter steckt. Ich glaube einfach, dass irgendwann, ja, die Regierung oder der Kanzler denn gemerkt hat, okay, jetzt lasse ich mich nicht weiter mit der Nase rumtanzen. Jetzt muss halt Lindner gehen. Keine Ahnung. Da standen ja verschiedene Taktiken im Raum. Das Ding ist, ich habe vor diesem Ampelstreit halt wirklich nichts mitbekommen. Ich war jetzt über einen Monat in Australien. Ich habe zwar mitbekommen im Vorfeld, ja, dass die sich da mal da mal über das Thema gestritten haben. Ich habe das aber wirklich erst. Wie, die deutsche Politik wird international nicht wahrgenommen. Sie regeln nicht der Nabel der Welt. Das Problem ist, dass es halt auch in Australien, sage ich mal, mit dem Internet sehr schlecht bestellt ist. Schlechter als in der Altma? So schlecht jetzt auch nicht. Tatsächlich fand ich es witzig, dass ich hier in Deutschland manchmal wirklich schlechteres Netz hatte. Also ich hatte in Australien auch wirklich an manchen Orten auch 5G. Aber halt, wenn man komplett in der Wildnis ist, ist es natürlich nichts. Deswegen habe ich davon gar nichts mitbekommen. Es war einfach auch nur zufällig an den Tag mit der Trump-Wahl. Und in Australien war es da, glaube ich, früh morgens, als dann die Einmeldung reinkam, dass Scholz jetzt die Ampel aufgelöst hat. Und ich so, okay. Und dann habe ich mich erst damit so beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass doch im Vorfeld in den letzten zwei, drei Wochen da wirklich witzig diskutiert wurde. Aber angeblich hat die FDP es wohl sehr, sehr lange und akribisch vorher geplant. Das ist ja jetzt das, was so im Raum steht. Ja, die FDP, die plant eh immer alles und sagt, und dann passiert nichts. Oha. Tja, das heißt, wir lösen unseren Podcast jetzt auch auf, weil wir sind ja eigentlich der fleischgewordene Ampel-Podcast. Stefan, ich würde sagen, ich bin SPD, ich würde dich dann jetzt auch entlassen. Stefan hat schon, Stefan hat plant das schon viel länger als du, Jürgen. Natürlich, das habe ich genauso geplant. Und nächste Woche mache ich selber weiter mit Unterköden. Die Nachrichten aus dem Untergrund. Aber apropos aus dem Untergrund, der Landrat, nein Quatsch. Was eine Überleitung aus der Hölle. Überleitungen hier. Nein, lieber Herr Landrat, Spaß, Herr Graepner. Aber wir haben, beziehungsweise hat er bei euch vorbeigeschaut, Martin, mit einem großen, großen Scheck. Was ist denn da los gewesen? Ja, also wir sind auch natürlich sehr dankbar, dass das geklappt hat. Wir haben für den, alle, die so immer mal in Großparschleben vorbeikommen, da durchradeln. Das geht ja durchaus der R1 durch. Und die vielleicht auf der Wiese vor der Kirche in Großparschleben mal Pause machen. Denen ist schon aufgefallen. Wir haben nur ein halbes Dach. Also ein halbes ist neu gemacht. Und die andere Hälfte lag noch in Alt sozusagen da. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Gesamtkosten nicht zu stemmen waren für das gesamte Dach. Und dann wurde es geteilt. Für alle, die sich mit Bauen auskennen, wissen natürlich, dass das dann nicht die Hälfte kostet. Sondern dass es eigentlich mal ein viel, viel mehr zahlt am Ende. Wenn man da zwei Abschnitte draus macht. Das ließe ich aber einfach gar nicht anders machen. Und so war jetzt nochmal über ein Jahr dieses Dach eben nicht fertig. Und wir haben aber nochmal Geld beantragt bei Lotto Torto und bei der Stiftung Kirchbau und beim Landkreis. Und warum auch immer, beziehungsweise wir sind unglaublich dankbar, dass Grabner ist ja doch jemand, der sich… Unser Landrat, der hat ja doch sozusagen ein Auge für die Kirche und auch ein Herz dafür. Da bin ich sehr dankbar. Hat dann tatsächlich diese Möglichkeit gegeben, weil es ja Denkmalschutzmittel sind, 20.000 Euro für das Dach mit dazuzugeben. Und hat er sich nicht nehmen lassen, das auch persönlich zu übergeben. Leider war ich im Urlaub und deswegen hat mein Kollege Uwe Kretschmann das entgegengenommen und hat auch ein schönes Bild in der Zeitung, wo die beiden da stehen. Und wir haben die Zusage, dass er auch zu unserem Adventsmarkt kommt. Und da freue ich mich dann darauf, Ihnen nochmal persönlich Danke zu sagen. Und was will er beim Adventsmarkt machen? Ein Wurstessen, würde ich sagen. Am Kühlwein trinken. Er steht jetzt nicht am Grill oder so. Nein. Ist ja manchmal so. Ach so, meinst du? Nur im Wahlkampf, Stefan. Stimmt, ist ja auch bald. Also nicht für ihn, aber dann haben wir ja wieder hier. Und weißt du, was das Schlimme ist? Rosenbohntag ist der Wahlkampf schon vorbei. Echt? Stimmt. Dann lohnt es sich dann gar nicht mehr für Politiker anzutreten. Stimmt. Zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist halt immer das Gleiche. Also ich weiß nicht. Also ich persönlich kann das so, diese Wahlkampf-Sachen kann ich halt absolut nicht ernst nehmen. Also ich finde halt so, das ist halt für die Politiker, also schade ums Geld, das würde ich doch lieber ein bisschen sparen. Anstatt irgendwie, also das glaubt doch kein Mensch. Na gut, Werbung musst du in irgendeiner Form machen. Ja, aber trotzdem. Ich gebe dir aber recht, sag mal gut, ein Parteiprogramm zu verteilen, drucken zu lassen und das in die Briefkasse zu stecken, sage ich okay. Wobei muss ich immer fragen, wie sinnvoll das ist. Also ich bin ja echt, liest das wirklich jemand am Ende? Also wenn den, nee, aber mal ehrlich, der, den das interessiert, der sucht sich das raus, oder? Der guckt, der sucht sich das Netz raus. Wenn nur, weil du es im Briefkassen hast, liest du es doch nicht. Doch, weil da viel drin steht über die Person. Und man von den Personen, die halt hier bei mir im Wahlkreis antreten, man, klar auf der Webseite was findet, aber manchmal weiß ich gar nicht, von welcher Partei überhaupt wer antritt. Und da ist es halt im Briefkassen und sagt, oh ja, das ist ja, eigentlich, ja, der hat das gemacht, das gemacht, da hat die Erfahrung, ja, ist eigentlich ganz nett. Die politischen Botschaften, oder das findet man ja im Wahlprogramm von den Parteien, aber halt die persönlichen Punkte von den Kandidierenden, das finde ich schon wichtig, das lese ich mir auch durch. Also wir suchen sowas wahrscheinlich proaktiv, weil wir an den Themen auch sehr interessiert sind, nicht alleine durch den Podcast. Aber wir haben ja durchaus eine Gesellschaft, die gerade was Informationen betrifft, sehr, ja, eben nicht proaktiv ist, sondern sagt, na, dann sollen sie mir das mal bringen. Und das musst du dann natürlich auch noch in irgendeiner Form bedienen. Informationen, die nicht bei TikTok reinspielen, die stimmen sowieso nicht, meinst du? Ja, das kommt ja dann immer noch dazu, dass das Rüdiger, der gerade ein Video auf YouTube hochgeladen hat, mehr weiß als acht Milliarden Wissenschaftler so gefühlt. Und das ist ja dann auch nochmal eine Geschichte, die uns jetzt dann auch begleiten wird in diesem Wahlkampf, aber vielleicht ist kurz und schmerzlos auch besser als jetzt noch hingezuckelt bis zum September. Das stimmt, wir werden es nie erfahren. Und falls ihr es gesehen habt, ich war übrigens auch in der Zeitung, in der mitteldeutschen Zeitung, ich hatte in einem Artikel sogar zwei verschiedene Namen von der Schreibweise her. Eins mit Stefan und eins mit PH? Ja, und auch Westphal war einmal noch mit PH und F, genau. Das war sehr amüsant. Aber es geht um eine Aktion, die mir am Herzen liegt und dir auch ein kleines bisschen, lieber Martin, glaube ich. Und zwar geht es wieder los, ihr könnt bei Verena Schiffner im Buchladen Geschenke kaufen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Arche. Ach so, ich dachte, du meintest den Adventskalender, aber der ist nämlich schon komplett vergriffen. Ich mache jetzt keine Werbung für den Adventskalender, der ist nämlich komplett weg. Ich habe euren aber noch im Auto. Ich habe einen für euch. Halleluja. Ich habe einen für euch. Halleluja. Wann bekommen wir den? Wenn ihr nachher mit zum Auto kommt, nachher. Das machen wir. Und Martin, du musst den Preis auch noch bei Verena vorbeibringen, wenn ich dir das gleich an dieser Stelle sagen darf. Das mache ich. Super, du hast ja wieder einen Bungee-Sprung vom Kirchturm. Genau. Vielleicht gewinnen wir ja diesmal den Hauptpreis. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist echt unwahrscheinlich. Naja, aber wir können uns da die Daumen drücken, dass wir vielleicht in diesem Jahr Glück haben. Tatsächlich, wenn wir kurz da sind, der war wahnsinnig schnell wieder ausverkauft. Wir überlegen auch gerade, die liebe Verena und ich, aber im nächsten Jahr vielleicht fünf Stück mehr drucken. Wie viel habt ihr gedruckt dieses Jahr? 2500. Oh. Die waren wirklich ratzbar. Ratz. Das kamen Leute bei uns vorbei, ob wir eventuell welche verkaufen, weil es gibt sonst irgendwo keine mehr. Und ich sage, nee, wir verkaufen keine. Warum solltet ihr die verkaufen? Weil wir manchmal sozusagen mit Verena zusammen so eine Kooperation haben, die Tickets gibt es bei ihr, bei uns. Also wir verkaufen ja manchmal so Sachen parallel, aber das nur gerade nicht. Okay, also nächstes Jahr doch ein bisschen noch eher aufstehen und dann geht es nach vorne. Nee, es geht um die Spendenaktion für die Arche, für das Kürtner Kinderheim. Es wurden wieder Wunschzettel abgegeben von den kleinen und großen Kindern, die in der Arche wohnen. Und es sind, ja, wieder ganz normale Wünsche, eine Puppe, ein Buch, ein Pockkopfhörer und Lego und ein Spiel und was alles so dazugehört. Und die liebe Verena und ihre Weihnachtswichtel, die packen die Geschenke gerade wieder zusammen, machen ein Schleifchen rum, kleben noch eine Süßigkeit oben drauf. Da bin ich sehr neidisch drauf. Aber dann kann man in den Buchladen gehen und sagen, oh, ich möchte jetzt gerne diesen Wunsch erfüllen, diese Puppe oder das Auto oder wie auch immer. Und spendiert ihn dann, gibt das Geld ab und dann kriegt das Kind Weihnachten das Geschenk. Sind so ungefähr 20, 25 Euro, auch mal für 15 Euro dabei. Und wer sagt, ich möchte gerne ein bisschen weniger geben oder ich möchte ein bisschen mehr geben, es gibt auch eine Spendenbüchse. Also da kann man sich dann auch reinverewigen, reinstecken, sein Geld reinstecken. Und davon soll diese kleine Schiffsarche, dieser Sandkasten, der im Kinderheim steht, dann im nächsten Jahr mit saniert werden. Ach, schön. Ja. Also geht zu Verena Schiffner, kauft Geschenke, spendet. Ich glaube, wir haben... Besser kann man sein Geld nicht anlegen, oder? Na klar, man ist jetzt immer so ein bisschen auch zwiegespalten und sagt sich, ja, ich könnte jetzt auch für Afrika spenden. Und den Kindern geht es wahrscheinlich noch schlechter als denen, die hier in der Arche wohnen. Aber ich glaube, es ist vielen Menschen auch wichtig, und das ist auch völlig legitim, zu sehen, was mit dem Geld passiert. Und dass halt dann doch auch hier in der Region was passiert und hier in der Region was bleibt. Und ich kann euch in diesem Fall versprechen, es wird jeder Cent, der in diese Spendenbüchsen gesteckt wird, auch in der Arche ankommen. Und wir werden auch aus dem Erlös der Kalender noch was draufpacken. Ich bin ja auch ein bisschen befangen, was das Thema angeht. Aber das stimmt tatsächlich, dass die Transparenz halt höher ist. Also klar haben wir viele, viele Stellen in der Welt, wo wir Spenden für sammeln können, wo wir aber immer, wo man selber immer ein bisschen davon abhängig ist, zu wissen, funktioniert das dann auch wirklich mit den Organisationen, die sozusagen die Entwicklungshilfe vor Ort machen. Tatsächlich, wenn euch das wichtig ist, die Transparenz, dann könnt ihr in der Arche natürlich auch das sehen. Also ihr könnt da vorbeigehen, gerade wenn es um diesen Sandkasten geht. Macht dann Spaziergang durch den Friedenspark, den könnt ihr auch sehen, den Sandkasten, wenn der dann neu gemacht ist. Da sieht man, wo sein Geld hingegangen ist. Das ist halt wirklich ein guter Vorteil. Aber ich bin befangen, also was das angeht. Aber was jetzt natürlich nicht geht, ist dann nach Weihnachten zu klingeln und zu sagen, ich möchte jetzt ja mal gucken, ob der Rüde ja das Polizeiauto hier stand, das ist nicht so schön. Das würde jetzt nicht funktionieren. Das machen wir auch nicht und ich freue mich jedenfalls, dass es die Aktion wiedergibt und unterstütze sie ideell organisiert. Ich lade, glaube ich, den Stefan dieses Jahr mal ein, der Weihnachtsmann zu sein. Ich glaube, die Rolle ist schon vergeben. Aber wir brauchen immer mal jemand Neues. Nee, ich glaube, die ist auch, der Weihnachtsmann vom vorigen Jahr wurde rausgeschmissen, weil der war nicht so besonders, habe ich gesagt. Und die neue ist schon vergeben. Oha, da bin ich mal gespannt. Kanntest du den vom vorigen Jahr recht gut, oder? Ich glaube, der vom vorigen Jahr, der dürfte Martin wohl bekannt sein. Nein, der hat das auch gut gemacht. Aber genau aus dem Grund, das hat uns nämlich der Titus Linke, der Leiter, auch erklärt, sie wollen das immer mal durchwechseln, weil natürlich für die Kleinen, die glauben da dran. Die Großen wissen Bescheid, aber für die ist es immer ein Sport, den Weihnachtsmann zu erkennen. Und wenn das dann zu häufig derselbe ist, dann umso mehr Hinweise gibt es ja dann doch und dann sagt, ach, das könnte jetzt doch noch der sein. Aber so großartige Geschichte war halt, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Jahren, wo ich hatte das vorher immer gemacht. Und ich glaube, vor zwei Jahren war ich dann nämlich das erste Mal nicht mehr. Und es ist immer so ein bisschen diese Weihnachtsfeier am Anfang. Man sitzt gemeinsam am Tisch, wir singen ein bisschen, gibt eine kleine Andacht und dann sitzt man am Tisch, isst Stolle und dann irgendwann ist Bescherung. Und dann saß ich neben einem Jungen und der sagt dann irgendwann, du musst jetzt langsam rausgehen, weil du bist doch der Weihnachtsmann. Ich sage so, wie, ich bin der Weihnachtsmann, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Doch, du warst die letzten Jahre immer der Weihnachtsmann. Ich sage, ich war nie der Weihnachtsmann. Ich bin nämlich immer noch, ich musste zu einem dringenden Termin weg. Na, da werde ich ja abwarten, bis du jetzt rausgehst. In dem Moment kommt dieser Weihnachtsmann rein und das Gesicht von dem wirklich zwölfjährigen Jungen, der eigentlich der feste Überzeugung war, ich bin der Weihnachtsmann, dann einen zu sehen, der da steht. Das war cool. Ja, die kleinen Freuden. So, das möchte ich jetzt eigentlich nicht genauer vertiefen. Und also bitte geht reichlich spenden. Und somit wollen wir auch schon euch in das Wochenende oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört, an welchem Wochentag entlassen. Und der Martin hat uns wie immer für die Sonntagsfragen vorbereitet. So, was haben wir denn? Fangen wir doch mal an mit dem ersten Advent und auch der einzig offizielle, perfekte Adventstermin für den ersten Advent, der 1. Dezember. Was macht er, Martin? Da würde ich euch gerne einladen zum Adventslieder singen. Und zwar ist das 16 Uhr in der Jakobskirche mit Martina und Manfred Apitz und dem Schlosskonsortium, werden wir uns sozusagen musikalisch singend in den Advent einstimmen. Und das wäre meine Einladung, am 1. Dezember 16 Uhr in die Jakobskirche zum Singen. Stefan freut sich schon. Und morgens Gottesdienst fällt auf? Ja, sicherlich auch. Aber ich möchte euch gerne zum Singen sehen. So, Woche drauf. Der zweite Advent, 8. Dezember. Das ist der zweite Advent. Da ist um 11 Uhr in St. Jakob Gottesdienst. Schön. Warte mal, 8. Worum geht's? Weiter. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Martin ist das erste Mal vorbereitet, kann aber seine Schrift nicht lesen. Das ist ja echt ungünstig. Ach genau, das ist doch das Wochenende, wo der große Adventsmarkt auf dem Markt ist. Da möchte ich euch natürlich einladen. Am 6. Am Nikolaustag ist der Adventsmarkt in der Kirche und auf dem Markt. Am Samstag wird nachmittags nochmal Singen mit Martina sein, während des Adventsmarkts. Und am Sonntag dann um 11 Uhr Gottesdienst in St. Jakob. Danach geht erst der Adventsmarkt los. Und so hat man das Wochenende gut gefüllt mit Glühwein. Reichlich Glühwein, Keksen, ja genau. Und 5 Kilometer auf der Hüfte. Ja. Aber es wird ein toller Adventsmarkt. Ich freue mich total darauf, weil es das erste Mal geklappt hat, dass wir das wirklich zusammen machen. Also das ist ja so dieses, ach, endlich. Also das war ja immer schon zum selben Termin und aber letztes Jahr war es besonders irgendwie seltsam fühlte sich das an, weil ich habe in der Kirche 15 Uhr eröffnet. Parallel hat Christina Buchheim am Kugelbrunnen eröffnet und wir hatten bestimmt alle genug Besucher dazu. Das war nicht das Thema, sondern eher diese Vorstellung, in so einer kleinen Stadt eröffnen wir quasi gerade parallel zwei Adventsmärkte. Das ist eigentlich total bekloppt. Und so ist schön, dass es dieses Jahr gemeinsam funktioniert. Und ich hoffe, dass es auch für die Händler so ist, dass die nächstes Jahr auch wieder Lust darauf haben, das auf dem Markt zu machen. Denn das wünschen sich ja alle Leute immer. Aber es muss sich natürlich auch lohnen. Also das ist immer der Punkt. Wir werden es sehen. Und für die ganz kurzfristigen, was habt ihr denn am 24. November vor? Also quasi einem Monat vor dem großen Fest. Genau. Das ist ja das Ende des Kirchenjahres. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist immer der Totensonntag. Und wir laden ein. Denn die Verstorbenen des Jahres werden von uns mit Karten nochmal bedacht, dass sie kommen zum Gottesdienst. Und wir zünden für die Leute, die in diesem Jahr verstorben sind, die Kerzen an. Und haben in diesem Jahr mal überlegt, dass eigentlich ein ganz schöner Moment ist, das abends zu machen. Und darum ist 24.11. um 18 Uhr abends der Gottesdienst zum Totensonntag. Herzliche Einladung, abends im Dunkeln mit den Kerzen in der Jakobsküche zu sein. Das klingt interessant und auch schön. Okay, dann gedenkt euren Angehörigen, die nicht mehr da sein können. Freut euch auf die Adventszeit, wie wir von Martin gelernt haben. Es ist nicht die Weihnachtszeit, es ist die Adventszeit. Jeder, der Weihnachtszeit sagt und in Hörweite von Martin Ollenicki ist, wird korrigiert. Er bekommt einen Döner in den Hals, ohne dass er abbeißen kann. Eingestimmt. Und wir sagen Tschüss und... Ach nein, 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 Julian, deine wichtigste Aufgabe bitte noch? Meine wichtigste Aufgabe zu sagen, wie wir uns kontaktieren können. Ja, über einen Monat durftet ihr das jetzt nicht hören aus meinem Munde. Jetzt ist es wieder soweit. Schreibt uns doch gerne, wenn ihr Lust habt. Über E-Mail ist, glaube ich, der einfachste Weg. Über köthen.kirche.inhalt.de. Gerne Kritik, Anregungen, was auch immer. Ja, schickt uns alles, was ihr wollt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über Facebook erreichen, dort im Messenger und kommentieren unter unseren Videos beziehungsweise unseren Beiträgen. Genau, das war's. Und kommt gerne auch mal bei uns, bei unserem Studio vorbei. Aber wartet bitte, bis wir die Fenster geputzt haben. Richtig. Sieht schlimm aus. Wir wünschen euch erstmal schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Winke, winke. So, ich hole jetzt den Kalender und dann machen wir noch die. Danke.